Bei dem netten, netten Crime-Special, da seht ihr mal, wie ich versagen werde beim Rätseln. Hier muss ich die Antwort auf jeden Fall finden. So, bestimmt irgendwo hier. So, bestimmt auch noch... Nur so... Bestimmt... Habe ich was übersehen. Irgendwo habe ich bestimmt was übersehen. Nein, du kannst, wenn Slack, kannst du ein bisschen... Ich weiß nicht, du guckst über Xbox oder PC zu. Du kannst den Source umstellen, wenn du willst. Und dann eine PMG-Malte04. Danke für dein Follow. Wie gesagt, du kannst die Stream-Qualität, wenn du auf dem PC guckst, umstellen. Ansonsten macht das, glaube ich, deine Xbox komplett selber für dich, wenn das nicht ganz passt. Da fliegt was. Einfach mal wieder irgendwas durchgeht. Ich habe bisher noch nicht... Ich habe jetzt 5 Hinweise. Es wäre fatal, die Hinweise auszulassen. Kann man sie denn deswegen befragen nochmal? Nein, ich glaube nicht, ne? Jetzt kann man hier oben bestimmt noch irgendwas... Irgendwas gibt es hier oben noch, was ich noch suchen muss. Nicht umsonst machen, hier diese Gespenster hin. Ich denke, das Game ist großartig. Great, yes. I've... I've... I've much fun to... to search for the... For the Heinz. Searching the Heinz, it's very funny. So, jetzt habe ich, wie viel habe ich jetzt? Ich bin so wieder nichts anderes... Oh, das gehört wieder nicht dazu, das ist aber Hammer. Das gehört immer noch dazu. Ja, was gehört denn dann dazu? Hm. No English people, not so much English people here. This is the German stream. We will not found so much English people. Okay. Dann finden wir die Antwort. Also, wie ist die Dame am Strand gestorben? Was fangen wir an? Soll ich noch mehr Hinweise kriegen, oder? Ich will noch... Ich will das noch nicht auflösen. Das ist noch... Da ist... Da ist eine Rose. Wollte ich gerade sagen, da ist doch noch eine Rose. Die kriegt etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Okay, das haben wir. So. Heldin für uns alle. Klingt als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Okay, probieren wir mal aufzulösen. Also, ich würde sagen, ich finde, das ist... Also, das Game... Man braucht also viel Geduld, glaube ich, um das Ganze hier richtig zu deuten. Auf jeden Fall, gerahmtes Bild, würde ich sagen, ist wichtig. Ja, gut. So. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Gerahmtes Bild. Denkstätte am Strand, würde ich sagen, ist auch... Ist nicht wichtig. Okay. Okay. Dann ist das auf jeden Fall wichtig. Das ist definitiv auch wichtig. Okay. Puh. Verschiedene Kerzen. Das... Okay, dann... Okay, dann weiß ich, wie es ist. Okay, dann weiß ich, wie es ist. Ich wünsche... Kannst du nur noch der Zeitungsartikel sein danach. Der Zeitungsartikel ist es. Als Morne Hanset sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Die Frau... Okay, das ist gut. Dann kann man das sagen. ...wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Okay, erzählen wir es wieder einfach. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Morne Hanset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salem gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Hallo, Wurlach. Willkommen in meinem Stream. Ja, ja, das Spiel ist auch noch nicht verfügbar. Das gibt es auch noch gar nicht, das Spiel. Das ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Das kommt in Deutschland erst am 6. Also, am Freitag. Ich kann nicht schwimmen. Also, muss ich ertrunken sein. Hm, jetzt bitte französisch. Sorry, I can't speak französisch. Ich brauch dir nichts mehr zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir. Aus der Tiefe meines Herzens. Okay, ist sowohl. Ich hab gern gemacht. Oh, ihr denkt dasselbe wie ich, gern geholfen. Okay. Zack, und wieder ein Erfolg. Oh, das Ding ist ja ein Erfolgsrener. Da kriegst du Erfolg und ein Ende hier. Wie du alles fleißig machst. Ich wette, dir passiert doch gleich irgendwas Großes. Also, ich hab da schon so meine Vorahn. Und da ist noch ein bisschen was auf dem Strand. Auf dem Strand. Gucken wir uns den Flashback mal. No, Gemma is not weird. Ja, ist ja nicht schwer. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist ja kein Geheimnis, worum das schon geht. Hier alles. Die hab ich gemacht. Das ist, glaub ich, nix mehr im Wasser. Das, glaub ich, kann ich nicht. Ja, das stimmt. Ich kann den ganzen Tag auf der Xbox hinzubekommen. Genau, bei Paris. Einfach den Store wechseln. Dann kannst du es auch einfach kaufen. Aber theoretisch in Deutschland kommt es erst am Freitag. Da brauchst du eine Zuflucht. Da brauchst du eine Kreditkarte, um das so anders hinzukriegen. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. So. Ja, wie gesagt noch mal, YouTube-Leute, wundert euch bitte nicht. Ich rede hier auch mit dem Stream. Ich mache jetzt doppelt. Also, deswegen sind die Runden übertragen. Und deswegen ist das hier doppelt. Das ist ja, wie gesagt, das kann ja jeder mal. Du brauchst halt nur die verdammte Kreditkarte. Weil ich das weiß. Aber du kannst ja private Kreditkarte überall nutzen. Oder kaufst dir. Das ist ja jedem selber belassen. Begib dich zur Kirche. Aber wir wollen uns jetzt dem Spiel widmen. Denn ich hab das Gefühl. Ich hab irgendwie so das Gefühl, um sich jetzt Krize lösen. Ihr kommt gleich irgendwann. Ich muss Zeugen finden. Hallo. Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Also, hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Okay. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat. Ja, hab ich gelesen, Lein. Aber warum denn jetzt eigentlich? Was hast du denn jetzt gemacht? Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich hab in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase hab ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegungen. Für immer. Ja, das ist doch schön. Seid ihr immer schön nah beieinander. Such dir dein eigenes Mädchen. Sie gehört mir. Was denken Sie denn darüber? Sie müssen wenigstens sein und etwas belehnt. Da kann ich wieder irgendwas aufrufen. Da drüben, da sehe ich schon was. Da sehe ich schon was. Aber ihr braucht mich nicht versuchen, eine Party einzuladen. Ich möchte mit... Ich gehe mit keinen in die Party. Ist sie... Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Also das kann ich schon mal sagen. Ich werde mit keinen in die Party gehen. Und danke, Monster Troubles, für dein Follow. Oh, Alter. Welcher bereits gefunden Hinweis liefert mir die weitere Information? Okay. Ja, ja, ja. Hier. Die Kirche. Ah, es geht nicht um die Kirche. Okay. Welcher bereits gefunden Hinweis liefert mir weitere Informationen? Tja. Tja. Es geht nicht um die Kirche. Was könnte das sein? Puh. Du, das ist schwer. Welcher bereits gefunden Hinweis liefert mir weitere Informationen? Es geht nicht um die Kirche. Das ist ja immer noch. Die Zeichnungen? Auch nicht. Jetzt wird es aber... Jetzt wird es haarig. Pack der Koffer. Auch nicht. Es ist wirklich das Kirchenbild, da steht es geht nicht um die Kirche. Na toll. Es wird eine Kirche, die nicht bleiben kann. Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Ja, genau. Geist du dich mit in den Aufen, ja? Ich finde einen Weg auf den Dachboden. Hier versuche ich. Was ist er denn da? Tote Krähe hier. Gibt es sowas? Gibt es auch? Oh, da ist auf jeden Fall was ganz, ganz Böses. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir gesichert. Ich denke nicht, dass ich den Mistkerl in der Nähe einer Kirche von Spektrum. Bewahre uns, wo die Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Okay. Wir kriegen immer wieder Hinweise zu anderen Sachen. Das ist sehr gut. So habe ich ganz, ganz viele Nebenmissionen schon mal offen. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Da sehe ich doch noch was leuchten. Da sehe ich doch noch was Gutes leuchten. Guck mal, da ist doch noch was da. Das ist klar, was es da hoch geht. Dann ist dieser Geist, den kann man doch bestimmt auch platt machen irgendwie. Bestimmt. Noch ein Hinweis, den würde ich gerne aber auch haben. Soll ich den rausholen jetzt? Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ja, der läuft ganz cool mit der Kipp rum, genau. Ganz cool. Ja, nee, ich, nee. Ich lebe mich an, ich lebe, äh, Hamburg ist, glaube ich, zweieinhalb Stunden von mir weg. Also Hamburg ist ein ganz schönes Stück weg. Ich lebe in der Nähe von Bielefeld, beziehungsweise Palaborn, die Ecke. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Also so, ist schon ein Stückchen. So, Alter, ich, 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 boah, ich hab, ich hab Zwang. Ich geh jetzt einmal drauf. Merke, nicht da drauf gehen. Oder schnell reagieren. Okay. Ich wollte es mal versuchen. Ich wollte mal rein theoretisch, damit man sieht, was passiert, wenn man drauf matschelt. Okay, das heißt also. Fandst du das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nicht. Okay, wir müssen es auch mal machen. Scheiße. Also, hast du sie gestoppt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Okay. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu... Ich hätte natürlich jetzt mal A nehmen können, um zu sehen, das kann nicht gut riechen. Aber, hm. Also, ich sollte, wie gesagt, nicht auf die Dämonen-Sachen laufen. Das geht nur in die Hose. ...Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Als Gutes, jetzt wo ich zum Checkpoint zu kommen bin, habe ich natürlich jetzt einen Vorteil. Da habe ich einen Vorteil. Jede ihrer Bewegungen. Ähm, PMG meinte, das kann ich dir sogar sagen, wann das anfängt. Das soll jetzt nach der E3 anfangen. Das heißt, das Ganze fängt irgendwann am 15. an. Damit ich schon mal drauf einstellen kann, am 15. fängt das an. So, jetzt kommt mir wieder das... ...Gab es nicht einen Hinweis zu... Genau, das kommt wahrscheinlich erst am... ...für alle anderen kommt das wahrscheinlich erst am... ...am, äh... ...am, 15. Ich habe das Update schon, deswegen kann ich ja schon eine externe Festplatte benutzen. Aber, bin auch Preview-Update-Nutzer. Ich ist immer da um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Ich will das eigentlich nochmal machen, was ich gerade hier aufgesammelt habe. Ich glaube schon, ne? Die hätte ich auch befragt, aber das da oben. Muss ich bestimmt nochmal machen. Ne, stimmt. Die müssen die nochmal machen. Habe ich schon. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Da sitzt einer. Hey, 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 hey. Ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände. Sie haben meine Seele zer... Oh Gott. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Na, na, na. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Nimm da einfach die Augen raus, oder nicht? Sie kommen dich holen. Sie kommen mich holen? Warum kommen die mich holen? Was wollen die von mir? Mich kommt keiner holen. Mich kriegt überhaupt keiner. Negativ. Mich kriegt keiner. Und ich bin so, ah. wieder einen Erfolg gekriegt. Mann, 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 die Errage. Jetzt ja, wenn ich Erfolge in dem Ding ist, der Hammer. So, und ich nehme an, dann ist hier bestimmt noch was zu sammeln. Genau, das habe ich geahnt. So kommt man hier nämlich dann durch. Immer schön an das Einsammeln. Wie, 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 nochmal, das passt nicht mehr auf deine Festplatte drauf, oder was ist die 12 Gigabyte? Oder wie meinst du? Was meinst du jetzt, Barber? Wie meinst du das jetzt korrekt? Normalerweise, wie gesagt, du meinst, die Festplatte ist voll bei dir. Ja, gut, wie gesagt, ich habe jetzt das Vortrag, ich habe jetzt das Preview-Update. Ich habe natürlich jetzt schon eine 2 Terabyte-Platte dran geknallt. Ja, gut, ich habe jetzt noch eine 2 Terabyte-Platte dran geknallt. Ja, genau.